mit tf ich weiß nicht was passiert ist ich hab da auch gar nicht auf den Knopf gedrückt ich rede hier so weil ich denke dass ich online bin dabei bin ich gar nicht online hallo deine Mike hallo OldFart hallo Maddy meine Nina App hat gerade gesagt amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen Starkregen und Hagel ahhhhhh goddammit ach dynamike I'm so sorry Dude ich hab vergessen mir das in den Autostart zu tun hab ich nicht auf das Häkchen geklickt dass er das im Autostart starten soll warum ist da überhaupt keine Farbe und weshalb wir brauchen mehr Farbe erstmal machen wir das so jetzt ist der Connect und da ist die Disco Disco from Disco to Disco boah das T-Shirt macht mich dick achso hast du schon gemacht okay auch gut hier in Hamburg nix Regen nix Gewitter jeden Tag die selber hier ist es jetzt sau schwül hier ist es einfach jetzt richtig schwül geworden immer noch viel zu warm aber bei The Winips wird dir erst richtig die Birne qualmen ja ich geh davon aus aber dieses Spiel auch dieses Spiel muss jetzt erstmal bewältigt werden ist das so okay? stört euch das so? FM Stereo a network show with Eddie Simmons he's a jam hallo Ludolf Jack hi guys i am a bot and gotta control your nanoleaf lights ich kann auch was anderes hinschreiben da könnte ich auch reinschreiben so nach dem Motto nanoleafs laufen ab jetzt bitte machen sie sich keine Gedanken es kann viel schlimmer kommen der witness ahja beweg dich doch mal hier sind die Tasten dafür wie geht's euch denn? spielt man das eigentlich mit dem Tastatur und Maus oder mit dem Gamepad? Gamepad ist wahrscheinlich am angenehmsten ne? das kann man glaube ich auch mit Gamepad spielen ah ah hoppala die sieht jetzt einfach scheiße aus hier ist alles super oh mein Gott das ist für ne Mausgeschwindigkeit aber ich kann sie ja hier hallo dicker Max ich kann sie ja hier umstellen das ist noch schneller rot ist gut denk ich es leuchtet rot also könnten wir rot nehmen jaaa Messel apend sei gegrüßt 3 zu 1 achso läuft irgendein Fußball ja? läuft das Tier mega schnell er läuft 1a er läuft 1a ich hab's auch nie durchgespielt ich bin an irgendeiner Stelle nicht weitergekommen aber da das da bei mir die Stelle schon relativ früh im Spiel war hallo Raketen Bomber ähm dann können wir ja zur Not noch nachher später auch zusammenknobeln auf das das Spiel bewältigt wird bewältigen sie mich gut gut ich glaub ich mein Licht ist zu hell viel besser was auch immer das hier ist sieht aus wie ein Touring-Test so nach dem Motto willkommen im Dreck willkommen im nichts achso, da unten muss ich anfangen es ist so schön bunt Moment was war das? ich habe vergessen mein Scarlett-Gitarren-Ding war noch eingesteckt und ich glaube zusätzlich dass der Strom hinten vom dass der Strom nicht richtig drin war daher kam dieses Brummen aber jetzt sollte es glaube ich wieder ganz gut funktionieren hört man nicht? ja ne darauf falle ich nicht rein ok laut unseres Schattens sind wir ein Mann dessen Hals sich beim Bewegen aus dem Oberkörper bewegt das sieht ein bisschen aus wie so eine Figur wo man drauf drückt und der Kopf kommt raus so ok ich komme also aus diesen Katakomben ich weiß nicht wie ich da hingekommen bin ich weiß nicht was ich hier machen soll aber ich bin hier und jetzt sehe ich diese wunderschönen bunten Blumen so 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 Okay, das Kabel war anscheinend schon mal für was richtiges. Hallo, Raver! Es ist Gott sei Dank sehr lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Max Monizuma, dem gefällt das schon. So, wir haben hier ein Tor. Der Ton könnte ein bisschen lauter sein, ne? Das Spiel ist sehr leise, glaube ich. Wir haben hier ein Tor, hier drei Kabel. Ein Schloss haben wir aufgemacht. Gucken wir mal, wo die anderen Kabel hingehen. Vielleicht kommen wir dann hier raus. Gucken wir mal, wie schön. Ich will sitz da und einen Kaffee haben. Kann ich einen Espresso oder einen Cappuccino haben? Das geht da hoch. So schön bunt, das Spiel. Gucken wir mal hinterher. Wo kommt das Kabel wieder runter? Das ist eigentlich ganz nett hier. Hä? Ah. Wie ist das immer so schön bei Labyrinthen? Man fängt hinten an. Das ist viel einfacher als vorne. So. Oh. Okay. Entweder das Kabel oder das Kabel. Was haben wir jetzt geöffnet? War das das Richtige? Ja. Okay. Wir haben zumindest schon mal das Richtige. Aber da müssen wir uns merken, da geht's noch woanders hin. Hier geht nichts. Hier geht auch nichts. Hier ist noch ein Rätsel. 650 Puzzle. Ha! 100 haben wir doch jetzt schon gemacht. Wo muss ich hin? Da oben. Hä? Okay, jetzt geht das da rein. Und hier haben wir das nächste. Okay. Let's go outside in the sunshine. Genau, George Michael. Der Song ging voll ab. Aber das Musikvideo war, glaube ich, voll provozierend, wenn ich mich recht entsinne. Oh, ist das schön. Das Einzige, was sich hier gerade bewegt, ist das Wasser. Es ist schade, dass die Bäume sich nicht so ein bisschen im Wind bewegen. Das wäre ganz cool. Aber die Farben sind toll. George Michalek. Hier ist die Tür. Zu warm zum Schreiben. Ja, absolut. Also, das muss auf jeden Fall schneller sein. Ich muss die Mausgeschwindigkeit langsamer machen. Nee, ich kann das hier auf rot machen. Ich mach einfach die Mausgeschwindigkeit in 2D ganz hoch. Oh, Gottes Willen. Urrrr. Das ist besser. Hallo, Yurushumi. Okay. Vielleicht muss ich da noch was für wissen oder so. Oh, die Bauern bewegen sich. Vielleicht nicht, wenn sie weit weg sind. Hallo, McFly. So, hier haben wir angefangen, ne? Kann ich springen oder sowas? Anscheinend nicht. Ich kann mich nur bewegen, aber nicht springen. Hier war ein Glas. Das sieht ja eigentlich ein bisschen aus wie so ein Feriendomizil hier. So nach dem Motto. Hey, yo. Hast du Bock? Hast du Bock mal was anderes zu sehen? Guck mal vorbei. Schau dich um. Schau dich um für einen Pentium. Dass ich dahinter fallen lassen kann? Ach, ich kann hier gar nicht runterspringen. Okay. Okay, okay, keine Panik. Ach, ich kann überhaupt nicht runterspringen. Dann kann mir ja nichts passieren. Kann ich auch die andere Richtung lang gehen? Ja. Wäre ja auch irgendwas. Nicht. Nur zum gucken. Da oben drauf liegt aber irgendwas. Oh. Ich bin auf dem Platz. Ich bin auf dem Platz. Ich bin auf dem Platz. Es ist ein kompliziertes Geschäft. In der ersten Platz. Ich muss schaufe gegen eine Atmosphäre, mit einer force von 14 lb. auf jeden Quadratmeter von meinem Körper. Ich muss mich. Ich bin auf dem Platz. Ich muss mich. I must do this whilst hanging from a round planet head outward into space and with a wind of ether blowing it no one knows how many miles a second through every interstice of my body. The plank has no solidity of substance. To step on it is like stepping on a swarm of flies. Shall I not slip through? No. If I make the venture, one of the flies hits me and gives me a boost up again. I fall again and am knocked upwards by another fly and so on. I may hope that the net result will be that I remain about steady but if, unfortunately, I should slip through the floor or be boosted too violently up to the ceiling the occurrence would be not a violation of the laws of nature but a rare coincidence. These are some of the minor difficulties. I ought really to look at the problem four-dimensionally as concerning the intersection of my world line with that of the plank. Then again, it is necessary to determine in which direction the entropy of the world is increasing in order to make sure that my passage of the threshold is an entrance, not an exit. Verily, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a scientific man to pass through a door and whether the door be barn door or church door it might be wiser that he should consent to be an ordinary man and walk in rather than wait till all the difficulties involved in a really scientific ingress are resolved. Arthur Eddington, 1927 Okay That was too complicated for my head Ping, ping! Hey, hey, Marco! Dankeschön, dude! Thank you for the bets! Oh, hier, guck mal! Nein, ich kann mich nicht da reinfallen lassen. Das ist am Donnern, glaube ich. Beide, bitte. Beide, bitte. Man denkt aber doch, irgendetwas könnte aus dem Busch springen. Ah! Ah! Ah, so it begins. Okay, also die schwarzen Punkte müssen alle überschritten werden. Ja, und nun? Und nun? Ich habe es gemacht. Okay. Ich habe die Hütte besiegt. Ah, teilen? Ich entsehle mich wieder ein wenig. Okay. 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 Got it. Viel passieren tut hier nix, ne? Aber dahinter ist auch nichts. Okay, gut. Also haben wir... Wir haben die Hütte gemacht und die... Diese Dinger da. Haben irgendwas gelernt, auf jeden Fall. Oh, was ist das denn hier? Alter, Metallteile oder so. Irgendwelche Container. Don't know what it is. Ah. Welcome to the Pleasure Dome. Das ist ein Puzzledinger. Das ist ein Puzzledinger. Okay, weiter geht's. Jetzt plätschert das so wegen dem Regen. Got him! Ach du Schande! Himmels Willen, er habe ich mich erschrocken. Das Kabel scheint aber aus zu sein. Hab ich das denn hier überhaupt richtig gemacht? Da ist doch noch mehr. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Oh, das ist Spiegelverkehr, das ist voll assi. Okay, macht keinen Unterschied. Dieses Display, wenn es dann ein Display ist, ist auf jeden Fall aus. Oh. Look at the size of that thing! Das sieht sehr geschmolzen aus. Flüte. Flüte. Das war's. Voll verzogen. Später ist mit viel Exploring und fast ein wenig Metroidvania, nachdem man neue Dinge gelernt hat. Ah, okay. We will see what's happening. The map is happening. Oh mein Gott, ist das verlaufen. Hallo City Breaker. Ist da hinten was angegangen? Das hier ist weiterhin aus. Okay. Oh, da hinten leuchtet das Kabel. Folgen wir dem leuchtenden Kabel. Es ist so hübsch, das Spiel. Es ist Kunst. Es ist Art. Hallo, Öln. What is that? Okay. Das macht auf jeden Fall Geräusche. Wie ein Trafo oder sowas. Tor auf! Wie ein Affe um den Lobelisten und schreien. Die Menschheit! Okay, also das hier ist noch zu. Ich kann rechts rum, ich kann links rum. Gehen wir mal links rum. Gehen wir mal rechts rum. Ich muss mir noch eine Flasche Wasser holen. Ich bin ein bisschen durstig. Denkt dran, Leute. Hydriert euch. Das ist äußerst wichtig in diesen Zeiten. Stay hydrated. Okay. Ja, die Spielfigur hat auch so volles Haar wie ich. Oh, das kann man benutzen. Das ist das erste Rätsel zumindest zu sehen. Oh, das ist etwa lustig, was ich gesagt habe. Das war schon ernst gemeint. Oh, mein Gott. Also, ich kann gar nicht rumfahren. Müssen wir in oben rumfahren, oder? Ich kann gar nicht rumfahren. Ich kann gar nicht rumfahren. No. NOOOOO Okay, das ist schon knifflig. That's not it. Gibt's doch nicht. Das alle Steine berühren, aber irgendwie leuchtet es mir nicht ein. Damn it, ey! Das ist nicht schön. Das kommt immer wieder auf das gleiche raus. Das ist ja nervig. Wenn ich jetzt zu weit nach rechts fahre, komme ich ja eigentlich auch schon gar nicht mehr... ... 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 Also dieses kleine Labyrinth ... ... ... ... ... ... ... ... ... Also geradeaus, jetzt nehme ich nicht weiter, geradeaus, rechts, geradeaus, rechts und dann das Geschlinge rechts rum. Das Geschlinge da rum. Das war die Wiese. Die Wiese auf dem Boden war es. Und hier steht ein Eimer. Und hier ist ein umgekippter Eimer. Sieht einfach aus wie eine hingefallene Person. Das ist unheimlich. Al Raune! Al Borland Raune. Überall so. Pesch oder sowas. Guck mal, der Schatten hier unten sieht so ein bisschen aus wie eine Frau, die so ihre Hand so über dem Knie hat. Könnt ihr das sehen? Da wo jetzt mein Kopf ist, rechts daneben. Könnt ihr das sehen? Das ist voll der Schattenwurf von einer Frau. Hier ein Gemälde. Like ein Gemälde. Just for the very first time. Okay, achten sie auf den Zaun. Das kann ich mir nie im Leben merken. Disco-to-disco. Town-a-cross-Town. Everybody. Oh ja. Oh ja. Vielen Dank. Oh my god. Okay, hier gibt es einiges zu tun. Hier kann man gleich runter gehen. Hier kann man nochmal wieder in was total Dunkles gehen mit unheimlichen Geräuschen. Hey, Captain Planet. Hier stand einer. Hör mit dem Scheiß auf. Don't do this to me. Da stand mit Sicherheit keiner. Das war ich selbst. Das war mein Schatten. Vor dem Feld rechts? Was? Welches Feld? Ja, ja, das sind so Sandsteinfiguren, ne? Meinst du die? Oder soll ich nochmal runter gehen, oder was? Das ist zu scary. Dieses Spiel ist so nicht gemacht. Ich hab voll Schiss. Andere Seite. Andere Seite und die Treppe runter. Diese hier, oder was? Da steht einer, ja. Das ist voll der... Voll der Security-Typ, ey. Security-Type. Da lacht der Matte. Misch armen Jungen. Misch armen Bengel hier. Oh Mann, ey. Hab ich schon gespeichert? Ah, ich muss ja nicht speichern. Irgendwann drehen die Köpfe sich einfach alle so zu einem um. Und dann ist es einfach tot und verderben. Hallo, München. Hallo, München. Da kann man sehen. Guck mal, ich hab... Was? Das ist ein anderes Mal. Aber los... Ach, das war das heute. Also ich war sogar schon bei 166. Aber da bin ich ganz woanders lang genommen. Aber heute haben wir 98 geschafft. Genau. Wir sind also kurz vor 100. Ach, das war's. Mag burs 담� 이것. Oh. 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 Huiiii, das macht Spaß. Ich gehe davon aus, das ist ein Reset-Knopf hier. So, wir starten quasi da und müssen die schwarzen Punkte ablaufen. Das heißt, ich starte hier, dann nehme ich... Wie gehe ich dann vor? Gehe ich nach links und nehme mir den schwarzen. Das ist ein schwarzen Punkt. Der macht aber nicht viel Sinn. Doch, warte, ich laufe hier los bis an die Wand. Dann laufe ich einmal rum und laufe über die Mitte zurück. Also zack, einmal rum, Mitte zurück und dann einmal so und dann raus. Okay, ich versuche mal mein Glück. Wenn ich hier was markiere, sehe ich das da. Ah, geil, okay, gut. Sieht gut aus. Haha! Mr. Anderson! Das sind alle zu... Das ist wahrscheinlich so wie aus der Bibel, so alle so zur Salzsäule erstarrt. So, wir starten hier. Und ich muss die weißen von den schwarzen trennen, oder wie? Oh, da ist eine Glasplatte kaputt. Hallo, Liquid Blaze! Wir haben alle die Ravioli-Schutzgebühr nicht bezahlt. Da werden die von uns standrechtlich zur Salzsäule erstarrt. Ist das so, dass ich das teilen muss? Der ist kaputt. Das ist schon mal... Das ist schon mal die Devise. Das heißt, ich würde nach vorne laufen... Würde da laufen, dann da links. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay. Hallo! Das war richtig! Ich bin mir ziemlich sicher. Das war sowas von falsch. Bist er eher so laufen? Ich bin nee, ich bin nicht inşallah. Nein, ich bin nicht in Corona. Ich bin wie immer noch mehr lief. Was hast du in Mutter achtet? Was hast du in einem Hundred Bl inherent her? Du bist dabei anstieg mit dienen Blatt und danken? Whats ist das Land auf jegoう지 alpha hat? Bist erálter Bist … F bottom, aber es ist echt viel Geld. Bist er sinkt nun nicht wahr? Ich bin nicht Neue dasIDE. OT,wie bin ich nicht tä activate. Ah, das war jetzt dumm. Okay, lass uns trotzdem mal gucken. Da kann ich jetzt über die Mitte einfach... So geht das nicht. Also ich muss weiß von schwarz trennen. Aber dieser eine Punkt ist kaputt. Da komme ich auf jeden Fall von da, von der Mitte. Also wenn ich jetzt von hinten anfange, kann ich ja nur geradeaus, also nur zurück nach rechts. Dann bin ich da. So, das Glas daneben ist kaputt. Also kann ich die weißen eigentlich nur... Wenn man quer steckt, packt man gar nichts. Du musst den richtigen Weg finden. Genau, also in diesem Spiel wacht man einfach... Man ist einfach auf irgendeiner Insel ohne Vorgeschichte und fängt an quasi die zu erforschen. Und überall sind so Rätsel. Und bis jetzt mussten wir die Rätsel eigentlich immer auf den Displays machen, indem wir dann quasi wie bei so einem Labyrinth einen Weg gemalt haben zum Ziel unter bestimmten Bedingungen. Und bei den Rätseln ist die Bedingung, dass man das Rätsel über diese Platten löst. So, und wir wissen jetzt mittlerweile schon, dass wir einen Weg bauen müssen, wo wir weiß von schwarz trennen. So, und ich würde jetzt sagen, ich laufe links um die weißen rum, rechts um die schwarzen rum. Und dann laufe ich in der Mitte einmal komplett runter. Das könnte funktionieren. Also, ich laufe einmal links an den weißen vorbei, rechts an den schwarzen vorbei. Dann laufe ich über die Mitte einmal komplett rum. Und gehe dann wieder hier. So, perfekt. Weiter erforschen. Oh, hier geht jemand mit seinen Säcken. Wohin auch immer. Okay, das ist von da. Und der Beginn ist da. Das heißt, das Ding ist auch wieder... Oh, was haben wir denn hier? Ei, ei, ei. Was ist denn hier hin? Das ist ein Tanker im Wasser oder so ein Schiff. Man darf auch ein bisschen erforschen. Mann, da bin ich ein Dreck auf dem Bildschirm. Manchmal muss man sich erst mal überlegen, was die Regeln des Rätsels sind. Sehr meta. Ja, absolut. Ich fühle mich mal, als hätte ich dir gehofft. Ey, wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich das nie geschafft. Inzwischen scheint man irgendwie so... Bin zu dumm für das Game. Eins meiner Top 10 oder Top 20 Spiele. Okay. Ich fand das damals immer sehr faszinierend und hab mir das, glaube ich, auch relativ früh gekauft und hab's dann aber einfach nicht wirklich weit gespielt. Die Insel zu erforschen ist schon ganz cool. Ich nehme alles zurück. Das ist nicht cool. Es ist unheimlich. Mario! Alles klar, Liquid. Es ist besser. Hä? Einmal. Sieht doch wie eine Spur aus hier. Also das geht mir jetzt eine Spur zu weit. Nun gut. Gehen wir mal da rein. NPCs scheint es hier in diesem Spiel ja nicht zu geben. Wenn man die überlangen kann, Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich hier was auf dem Schiff habe. Muss ich vielleicht zuerst den Großen und dann den... Hä? Hä? Lustig. Irgendwann ist Ende. Jetzt habe ich nur eine begrenzte... Da ist wieder zwei unterschiedliche... Ach so! Ja! Hier stoßt sich wogegen. Guck mal, welche Farben sind denn das dann? Das sind dann wahrscheinlich... Lila und Orange oder was? Warum sind die Punkte unterschiedlich groß? Warum ist das denn? Es funktioniert! Es funktioniert absolut! Ich bin verwirrt! Ja, vielleicht die Reihenfolge habe ich auch gedacht, aber die beiden Orangenen sind ja gleich groß! Ja! Ja! Die Sendung, ihr seid recht gut wie es und wriert! Ja, ich hatte mir auch gedacht, dass es vielleicht so ist. Dass jetzt zuerst der Dicke da ist. Der Dicke ist drollig. Na ja, gut, okay, komm. Das Schiff können wir immer noch machen. Das läuft dann wahrscheinlich nicht weg. Aber hier sind ja, wie man sieht hier, das sind ja auch irgendwie... Ne, das passt ja ungefähr. Guck mal, wie rund das ist. Sind ja auch irgendwie so... Diese Löcher im Schiff scheinen ja auch irgendwie... was mit einem Puzzle zu tun zu haben. Weiß ja nicht, ob man irgendwie... Ich mach jetzt erstmal hier meine Rätsel weiter. Ja, der Schiff hat... Das Schiff hat nen... Das stimmt schon. Okay, dann können wir uns mal um da rum. Was heißt denn das? Ich muss wahrscheinlich... Ah, verdammt. Obwohl, hier geht's ja nicht anders rein. Okay, also... Ich sag mal, der ist gesetzt. Das macht Sinn. Das macht keinen Sinn. Macht das Sinn? Doch, das macht Sinn. Und der muss gesetzt sein. So. Der hier. Der hier. Der hier. Der hier. Der hier. Der hier. Noch ein weiter. So, und jetzt laufe ich nach oben. Und dann da. Also, was sagt uns das? Das sind Tetras-Steine, die wir so formen müssen. Oh, was ist denn hier? Ah, okay. Kommen wir im Dreck. Ich war hier aber noch nicht fertig. Jetzt haben wir den hier. Warum sind die denn in den Schreck? Das ist wahrscheinlich wurscht, ne? Da ist der Ausgang und da ist der Ausgang. Wie viele Ausgänge habe ich denn? Ist da hinten auch ein roter? Da hinten ist auch ein roter. Aha. Äh, also so ein Kreis. So ein Startkreis. Der ist einmal hier und einmal da hinten. Da muss ich wahrscheinlich auch doppelt malen. Das heißt, theoretisch. Weil der so leicht gedreht ist, weiß das wahrscheinlich, ich kann den drehen, ne? Aber was weiß ich schon. Zack, 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 zack. Das könnten wir ja mal machen. Ach, der fährt da hinten sogar schon mit. Okay, that was easy, dude. So, dieses Kabel. Ich habe das jetzt hier gelöst. Habe ich da was von? Was, der Turm? Der unheimliche Turm. Ja. Oh my God. Habe ich das gemacht? Ich war das, ne? Da muss ich das quasi alles nochmal nachmalen, ne? Weil das ja nicht ganz passt. Oh. 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 So habe ich den ersten gemacht. Oh. 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 Vielen Dank. Ich habe gedacht, dass ich das hier unten malen muss, aber dann komme ich von dem gelben, wenn ich da in dieses lila komme, da kriege ich weiß und schwarz nicht mehr getrennt. Ich habe das hier unten malen muss. Braid war auch von dem oder was? Braid war toll. Braid anniversary. Immer wenn Anniversary Editions rauskommen, fühle ich mich noch älter, als ich schon bin. Das geht, dass ich mich älter fühle, als ich bin. Wie ist denn das? Wie fühle ich mich? Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Ich kann da nicht drunter gehen. Ihr habt sehr lange gebraucht. Danke. Also, halten wir mal für Protokoll fest. Ich gehe davon aus, dass ich das ungefähr so machen muss, wie man es halt machen muss. Um die Weißen von den Schwarzen darüber zu trennen, da ich nicht hier rumkomme, muss ich quasi... Hi! Ist Alpha, sei grüßt! Müsste ich die Schwarzen hier trennen? Aber dann sind die zusammen mit dem Weißen auf dem Feld. Dann wird man theoretisch diesen hier machen. Dann kann ich aber den Viererblock links nicht mehr bauen, den es zu bauen gilt. Wenn ich nicht kann... ... Die Frage ist ja überhaupt, ob ich die Reihenfolge einhalten muss. Ob ich jetzt auch sagen kann, ich mache diesen hier schon mal. Aber nach da oben dürfte ich nicht fahren, weil dann komme ich hier nicht mehr... Ich kann ja keine Schleifen bauen. Ich glaube, ich muss die Reihenfolge schon einhalten. ... 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 das geht doch gar nicht die beiden hängen doch dreck aneinander das macht keinen Sinn die Frage ist ob ich die drehen kann das wäre der, dann wäre der hier die Frage ist kann ich die zusammenlegen so wie Tetris Blöcke muss ich ja, den kann ich ja gar nicht machen der steht ja ab also der ist ja nah dran also ich kann die drehen das ist meine Vermutung ich kann die also drehen und den da und den da dran fuck das hat nicht den gewünschten Effekt erbracht so weiß und schwarz ist getrennt das ist halt die Frage und den kann ich ja gar nicht da drin und den kann ich ja gar nicht da drin so weiß ich gar nicht mehr so weiß ich ja ich kann die drehen Vielen Dank. Ja, was heißt frustrierend? Ich weiß halt nicht, ob ich diese Legosteine halt drehen darf. Im Kopf. Ich gehe eigentlich nicht davon aus. So, dass ich später eigentlich hier, wenn ich jetzt mal irgendwann hier oben reinkomme, den mache. Und so, dann hätte ich die beiden ja drin. Also wären ja die beiden aneinander. Okay. Ist klar. Ich kann das aber... Ich komme da nicht dran. Besser wäre es, ich könnte das andersrum drehen. Dass die... Dass ich da Platz habe und die Schwarzen oben eingekesselt sind. Eine Tiefe. Ich muss mir was überlegen, wie ich das anders drehen kann. Wenn ich mehr Platz habe. Das ist aber nicht richtig. Jetzt habe ich schwarz und weiß da zusammen. So wäre es einfacher. Aber das geht nicht, weil da rechts nichts frei ist. Wie kriege ich das also hin? Dass ich da ausreichend Platz habe? Ja, ich habe auch den Punkt da vergessen. Das Gefühl, das müsste schon so sein. So, aber da ist halt Ende. Ist mein Gott, hast du schon gerne gemacht. Ver Iowa. Unbeaten muss man. Cause bin ja dann. Das geht nicht mal. Da ist halt gleich, weil du bist, also mit einem Computer und weiß ich nie depends, bei der ich auch copie. Disco, geil dir! 4er Block darfst du nicht drehen, okay, okay. Das ist schon mal wichtig, das heißt also aber auch, dass ich das hier mit den weißen und schwarzen oben rechts nicht richtig mache. Da muss es eine andere Möglichkeit geben, die zu trennen. Was heißt, die schiefen jetzt, dass sie horizontal und vertikal sein dürfen? I guess. Du müsstest nicht beide schwarze Punkte untereinander machen. Jaja, das ist genau, das ist auch meine Vermutung, dass ich irgendwie erstmal nur eine Sache mache und dann später da langkomme. Also ich könnte erstmal nur den machen. Genau, die müssen nur getrennt sein von schwarz. Wenn ich unten erst nach links gehe. Zack. Das sind wieder in schwarzen. 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 Ich könnte hier natürlich nach links gehen, aber ich muss ja mir irgendwie den auch in schwarzen. Ich könnte hier in schwarzen. Ich könnte hier in schwarzen. Das geht halt nicht. Ich könnte hier in schwarzen. da oben gehen. Ich könnte hier in schwarzen. Mal von den schwarzen Weißen weg, wenn man links den Vierer macht, kriegt man dann drunter noch das L? Das ist die Frage. Okay, so nah wie das beieinander ist, würde ich ja behaupten, dass man die auch zusammenmalen kann. Also zum Beispiel so. Die müssen nicht getrennt sein. So wäre das ja zum Beispiel machbar, ne? Das geht. Sollen wir diese Hammer-Methode verfolgen hier. Swing the Hammer! Bring in die Action. Ba, 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 ba. Man! 513 Puzzle, not bad, really not bad. So was freut denn Matte immer, wenn sich irgendwas im Hintergrund abmeldet, bei den zwei schwarzen Weißen anders umgehen. Das geht schon wieder los, dass wir sind, hey, ich komme da halt nicht durch, ich komme auch nicht durch, ich könnte das auch so machen, aber dann bin ich da unten wieder, das geht schon wieder. Give it away, give it away, give it away now. ... 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 Das Problem ist, um den oben links zu malen, müsste ich ja an der Wand entlang fahren. Ich müsste ja theoretisch, ich kann den ja nur, also diesen gelben hier, den kann ich ja nur formen, wenn ich das hier mache. Oder dementsprechend von der anderen Seite kommen. Aber wenn ich von der anderen Seite komme, dann schaffe ich es auch nicht mehr zum Ende, weil ich mich dann snakemäßig eingebaut habe. Also theoretisch würde ich sagen, oben links, der müsste so gemacht werden. Aber wie schaffe ich es nach dem Trennen von Schwarz und Weiß, so da oben raus zu kommen? Das ist the question. Dann könnte ich hier langfahren. Jetzt den Vierer. Zwischen den Weißen. Ja, aber dann, dann ist der Weiße nicht. Du hast das oben rechts schon anders gelöst. Warum das? Nein. Wird der... Meiner Meinung nach liegt der Trick nur da oben. Nein. Vielen Dank. Tja, wie mache ich links die 2Ls, wenn ich die drehen kann? Meine Müdigkeit schlägt doch durch. Nein, das habe ich auch schon gesagt, man könnte die auch separat trennen. In meinem Kopf geht das nicht auf. Ich kann die weißen nicht von hier machen, dann mache ich mir den langen kaputt. Ich muss... Wenn ich mit dem da komme, dann kann ich die weißen nur so trennen. Kannst du mir mal einen Tipp geben, Max Montezuma? Müssen die unteren Rechten weiß? Hast du die so getrennt, wie ich sie getrennt habe? Okay. Das heißt, der Wege war schon nicht mal der falsche. Also die weißen kriegst du anscheinend dann auch nicht anders ausgesperrt. So, dann würde man hochfahren und die schwarzen. Dann wäre man hier. Wenn ich jetzt die schwarzen oben einfach einkessle, dann sind die schwarzen mit den weißen zusammen. Was nicht der Fall ist. Ich meine, trennen könnte man die schwarzen vielleicht auch später noch, aber wenn ich jetzt so male, dann kriege ich die weißen aber nicht mal von den schwarzen getrennt. Obwohl, soweit richtig. Wenn ich jetzt hier runtergehe, den mache. Der alles entscheidende Tipp war jetzt, die weißen rechts so lassen und das ist der Jimbo. Nee, irgendeiner hat gesagt, oder war das München? Irgendeiner hatte eben gesagt, die beiden schwarzen kann man auch nacheinander machen. Das waren die Tipps und Tricks. Jetzt haben wir schon zwei da oben. Was ist das hier für ein Ding? Das ist auch nochmal hier dieses Maze, ne? Amazing! Was ist das hier denn? Ganz schön! Das heißt, ich muss mir hier nochmal merken, wie das ging oder was? Das ist doch mal ein Scherz. Das ist 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 dein Spiel vorbei, wäre sie, ja? Das ist ein Scherz. 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 Ja, das meine ich. Das ist Shift Windows... Moment. Moment. Shift-Windows-S. Shift-Windows-S. Ja, wenn man die ganze Zeit die falsche Tastenkombination drückt, dann kann das ja auch nicht klappen. So, das war der. Ich will die Ausrast-Taste bestätigen. Schaut euch dieses... Schaut euch dieses Meisterwerk ausgeschnittener Kunst an. Der Hammer, oder? So, das nehme ich mir jetzt hier als Hilfestellung. Jetzt renne ich wieder diesen verdammten Turm hoch. So. So. Ich weiß nicht, ob ich das doppelt und dreifach fotografiert. Das ist ein originaler Schmeckasso. So. Jetzt, Leute. Jetzt wird eingelocht. Jetzt muss ich hier rumfahren. Dann muss ich hier... Hier rumfahren. Und jetzt... Ist alles kaputt. Jetzt muss ich hier. Hier. Und hier fahren. Dann muss ich... Da. 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 Das hatte ich ja fast richtig. Das hatte ich ja wirklich alles fast richtig. Was ist das für ein Rätsel? Das bringt gar nichts. Das ist einfach nur eins for the Achievement. Boah, guckt mal. Da hinten ist eine gelbe Box. Eingemauert von so einem Baum oder so. Ich glaube, ich habe meinen Müdigkeitspunkt überschritten. Quasi die Wahl. Egal. Ich habe alles gemacht. Nun gut. Dann haben wir das ja hier gelöst, oder? Dann können wir jetzt hier wieder rausgehen. Warte, ich hatte doch hier irgendwo eine Tür. Wo war denn das hier? Und dann ging es doch irgendwie... Oder war das da hinten? Wieder zum Wald. Ist da nicht so ein Tor aufgemacht? Nee, können wir noch mal den Schattenwurf der Frau sehen da unten. Das kann man da unten vielleicht besser sehen. Jetzt da ist ein Wasser. Wasser? Ist da nicht irgendwo ein Tor aufgemacht eben, oder? Hier. Der Baum. Da ist er, guckt. Da ist die Frau. Sieht aus wie eine Frau, ne? Oder ist das hier nur so ein Fetzen, ein Baum? Hier sieht es aus wie so eine hübsche Frau, die da so sitzt. Und sich denkt. Geil. Ich habe das Wasser eben übersprungen. Ja, da hat er schon recht. Ah, ja. Das Wasser. Vielleicht weiß ich ja jetzt, wie die Türe aufgeht. So geht das aber nicht. So, ich kann das drehen. So, ich kann das hier nicht lösen. Also den hier muss ich ja drehen können. Den kann ich ja nicht... Nein, wie war das? Ich darf den nicht drehen. Ja, aber das passt ja nicht. Das müsste ja so sein. Ja, ich darf den nicht drehen. 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 Ich darf den nicht aus dem Bild gucken, Bild ragen. Das ist ja mir so seltsam. Eben konnte ich die drehen. Habe ich sie überhaupt eben gedreht? Bin mir da gar nicht so sicher. Habe ich sie nicht auch umgedreht geschafft? Man muss nur richtig anfangen. Man muss nur richtig spielen. Dann geht das schon. Ich habe sie gedreht. Okay. Drehen oder spiegeln? Spiegeln hat jetzt hier auch nicht funktioniert. Das wird es ja gerade so gespiegelt. Das hat er auch nicht gemacht. Das waren andere Regeln. Genau. Eben hatten wir... Achso. Meinst du, jetzt gibt es ganz andere Regeln? Alles über Bord geworfen. Nach dem Motto, was interessiert mich? Du schwätzt von gestern. Okay, Max. Raus damit. Verleuchte uns. Meine Idee ist, geh woanders hin. Holy moly. Oh, Sebastian. Noch dazu. Oh man. Danke dir for the bits. Holy shit. Danke auch das... Fürs mit... Fürs miträtseln die ganze Zeit. Boah, jetzt kann Sebastian kann jetzt hier... Rage. Rage hard. Danke dir. 1K bits. Eine extra Stunde. Auf geht's. Messel hat auch noch eine Idee. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Aber ich bin ganz ohr, wenn ihr... Wenn ihr was habt. Weißt du, da hattest du ein Turm, das Rätsel ist auf den Land und das L gruppiert. Ich glaube, wenn du das hier machst, ist es quasi egal, wo die Steine sich befinden. Was meinst du? Naja, eben hätte ich das ja mal so gemacht. Aber dann... Das Problem ist, ich kriege die ja nicht gruppiert, weil die ja auseinander liegen. Solange du die Symbole mitnimmst. Ja, aber dann... Ich kann sie ja nicht drehen. Drei nach rechts. Zwei hoch. Einer rechts. Einer hoch. Zwei links. Einer... Zwei links. Zwei runter. Einer links. Zwei hoch. Einer links. Einer hoch. Dann ins Ziel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es richtig gemacht habe, was der Messe beschrieben hat. Drei rechts. Zwei hoch. Einer rechts. Einer hoch. Zwei links. Zwei runter. Einer links. Zwei hoch. Einer links. Einer links. Aber hier wäre jetzt der Fall, dass das Gelbe nicht drin ist. Aber du darfst es ja nicht drehen. Du sagst ja, solange man die gelben Symbole mitnimmt, also quasi wenn sie da drin sind, dann müsste ich den aber drehen können. Bis jetzt war es so. Also eben haben wir oben in dem schweren Rätsel, haben wir die aneinander gemalt. Da haben wir zwei Blöcke aneinander gemalt und die Gruppe dann. Aber ich meine, die gelben müssen immer drin sein in der jeweiligen Figur, die du bauen willst. Wenn ich sie drehen könnte, dann könnte ich auch das hier machen. So blöd es klingt. Dann wären ja unten auch zwei zusammen. Ne, warte mal, das sind ja zwei... Das geht ja doch nicht. Das ist ja Quatsch, was ich erzähle. Also wenn ich den hier mache... ... Vielen Dank. Ich mache jetzt erstmal so ein rechts, zwei hoch, eine rechts, zwei runde. Zwei rechts, ein hoch, ein links, zwei hoch, drei links, einer hoch, ganz nach rechts. Jetzt haben wir es verstanden. Also, die müssen aneinander, also die müssen... Whatever. Das hattest du... Ja, ja, genau. Die waren jetzt einfach nur die Plätze getauscht. Alter Verwaller, du. Da müssen wir erstmal drauf kommen. Wir sind einfach tauscht. Wir dürfen aneinander liegen. Gut, schauen wir uns mal hier diese Ruine an. Hallo? Das muss man eigentlich so machen dann, ne? Warte. Nee, kann ich gar nicht. Kann ich das nicht? Nee. Hallo? Nee, geht nicht. Hallo? Ja, genau. Ja, genau. Hallo? Cool. Endlich wieder Rätsel. Gut, wieder alle schwarzen Punkte einsammeln, würde ich sagen. Das war number one. Und hier wieder alle weißen von den schwarzen. Das ist so funny. Das ist bescheuerte Echo einfach. Hallo? Jemand da? I love it, ey. Da wirkt das einfach so, als wenn ich schon da wäre. Ja, immer so 100%. Was geht denn gerade ab, ey? Ich doch mein Bild. Ich benutze mal hier einen Computer. Ich glaube, wir haben was kaputt gemacht. Ach, Ramp. Keine Ahnung, was dieses Ding bedeutet. Was soll das für ein Logo sein? Was soll das für ein Logo sein? Ich glaube, ja. Ja, nicht so. Oh, ich bin không? Ich habe ja mit den Liedern. Schleifung. Ich habe ja mit den 3-4-4-4. Ich habe ja mit den Jungen nach. Da bin ich so, in der 30-4-4-4-4-4-5. Und auch wenn ich noch nicht so, was ich nicht so, was ich eine Möglichkeit dafür Facebook. Ja, ich habe ja mit den Niemann. Das ist schon so, wenn ich noch davon. Die Tür aufmachen, das ist ja schon mal ganz nett. Achso, da können wir quasi sagen, die Rampe hoch oder die Rampe runter sollen. Okay, jetzt kommen wir auch von oben herunter. Die Superheroes, ey. Was? Oben, rechts, oben, rechts. Also ich muss ja den da oben auf jeden Fall mitnehmen, den schwarzen Knopf da oben. Ich hab schon gedacht, ob das noch was mit Zeit ist oder so, weil hier sind ja keine Möglichkeiten. Ich kann nur runter, ich kann nur rechts, das war's. Oder direkt dahin. Also das hab ich ja alles schon ausprobiert. Irgendwas hat er zu bedeuten. Was war denn hiermit? Opa. 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 Okay, das hat mir nicht. Das hat mir nicht ganz eingeleuchtet. Was soll denn das sein? I don't get it. Ach, er will einen schwarzen haben, oder was? Das heißt, ich mache hier nur die... Ich glaube, er war nicht in seinem Bereich, oder so. Es scheint. Ich glaube, ich mache hier nicht in seinem Bereich. Ich glaube, ich mache hier nicht in seinem Bereich. Ich glaube, ich mache hier nicht in seinem Bereich. Das war nicht kraft. Ja, anscheinend will der ein Pünktchen haben in seinem... Also damit dieses kleine Symbol funktioniert muss mindestens ein schwarzer Punkt dabei sein. Genau, diese sind die Ruins. Hier könnte ich die Rampen nochmal von hinten steuern. Speedrun. What the hell? Oh. 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 Die roten pulsieren auch. Das kann man nur leider kaum sehen. Das hätte der gerne... Oh. 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 Die Insel, genau. Ein großartiger Film, by the way. Müsste man eigentlich mal wieder gucken. Hä? What must I do? Was hab ich denn eben hier gemacht? Ein grüner, zwei rote. Okay, was hat denn hier der... Mehrzahl, ne? Was? 37 Euro? Das Spiel? Um Gottes Willen. Die Mehrheit. Ich hab das immer mal für 12 Euro oder so. Ich glaub, das war in einem Humble Bundle drin oder so. Das funktioniert denn nicht? I don't get it! Ja, das hab ich ja schon gemacht. Ah, okay. Ich versteh's nicht. Hat nichts mit Mercer zu tun. Jetzt müssen immer zwei Farben sein und rot, rot. Aber hier war's andersrum. Hier war's wieder so. Zum Beispiel die ganzen grünen da. Ich bin's und habe's, ich bin's. Ich bin's. Nein. Und das war's. Ich bin's. Der eliminiert mir einen Fehler. Man muss einfach beide Farben voneinander trennen, wie man es schon vorher tat, und einen einzigen für das Symbol durchlassen. Ah! Das heißt, ich muss dem die grünen geben und einen roten. Ah! Da muss man ja immer drauf kommen. Einen roten, einen zu viel. Sehr teuer, ja. Aber im Shop kann man ganz gut zuschlagen. Im eShop. Und jetzt! Und jetzt! Was ist das denn? In dem Nintendo-Shop meine ich. Da bin ich eigentlich ganz... Das ist manchmal echt der Angebot. Also für so Indie-Games oder sowas. Jetzt haben wir das... Ich weiß nicht, was ich tue. Was? Ne, wir müssen mal gucken, wenn da Angebote sind. Ich hab das Rayman mal für... Rayman Battle Kingdom, glaube ich, für 13 Euro oder so. Dann hab ich mir... SteamWorld Dick und Heist für jeweils 7 Euro. Mal schon Schnäppchen machen. Was? Warum? Ich hab es nicht verstanden. Ich hab's gelöst, aber ich hab's nicht verstanden. Das ist doch Schrott. Das ist zu hoch für mich. Du hast alle Farben getrennt und dein blauer würde zu rot. Ach, die gehören zusammen. Kommen. Getrennt und einer wurde... Ich hab das nie... Ich hab das nie gesehen, dass ich die farblich getrennt habe. Nicht einmal. Ich hab gedacht, ich müsste... Ich hab ja immer darauf geachtet, dass das Zeichen mit da drin ist. Mir fällt jetzt erst auf, dass ich die Farben getrennt hab. What a game. You're playing it wrong. Absolut betriebsblind. Wie habt ihr das Spiel durchgespielt? I have no idea. It just works. I like it a lot. One step. So. Verstehen tue ich das jetzt bei dem Rätsel hier nicht. Okay. Das ist zu hoch für mich. Yeah, we! Das muss eigentlich eher auf die Drei achten. Ah, nee. Doch. Nee, doch. Ah. Die hab ich nicht getrennt. Das ist die Regeln vielleicht. Das ist alles RGB hier. Wieder möglichst versuchen, Grün, Blau und Rot voneinander zu trennen. Und ein darfst du mit den Farben, die du mit dem Symbol kopiert hast. Das muss sogar... Du musst eine Regel brechen. What? 13 Hunde. Für mich. Dankeschön. Ping, Ping. Heilsamann. Was ist denn da? Das kannst du irgendwie trennen. Grün trennen wir mal. Was haben wir getrennt? Jetzt hab ich hier Rot. Das kannst du nicht mehr. Es geht nach vorne. Das kannst du nicht in der Lage sein. Ist das nicht? Du kannst nicht mehr. Das kannst du nicht mehr. Das kannst du nicht mehr. Das kannst du nicht mehr. Aber jetzt kannst du nicht mehr. Ich glaube, ich habe das jetzt verstanden. Ich glaube, aber ich schaffe das hier nicht. Ich kriege den Rot von allem getrennt. Ich habe das Gefühl, ob das ein Rot auch nicht das Problem ist. Ich muss erst mal Rot abtrennen. Ja, wenn ich Rot halt zuerst mache, dann ist halt schon Ende. Dann komme ich nicht weiter. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist der Fehler, der einen ausmerzt. Fehler darf belieb... achso, ich würde sagen, der darf beliebig sein, oder? Was ist jetzt passiert? Was ist das? Oh! Was ist das? Das war's. Das war's. Was soll ich das denn tun? Ich mag ja Puzzler. Wir spielen das ja auch nur für fast 4 Stunden jetzt. 4 Stunden in diesem wunderbaren Spiel. Wir spielen das ja auch nur für fast 5 Stunden. Wir spielen das ja auch nur für fast 5 Stunden. Warum macht er denn den grünen nicht weg? Achso, weil das ja alles zu sehen ist. Mach's gut Sebastian, wir machen auch gleich hier Feierabend. Das ist so unruhig, ne? Das ist so unruhig, das ist so unruhig, das ist so unruhig. Das ist so unruhig, das ist so unruhig. Das ist so unruhig, das ist so unruhig. Das kann ich nicht tun, Dave. Das ist so unruhig, das ist so unruhig. 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 Ich weiß ja nicht was ich hier tun soll. Ich muss die Schwarzen verbinden. 何 h h Ich kann die eigentlich nur so verbinden. Ich kann weder so fahren dann ist der Rechts ein stacc kaputt. Ich muss immer irgendwie so rumdüsen. Dadurch bin ich in der Mitte gefangen. Ah, ja, ja, das stimmt schon. Das ist auch total zu Gott, das Symbol. Ja, dass ich ein anderes Symbol da noch nehmen kann, das hat jetzt... Das Helm. Ich so schnell. Ja... Was ist passiert? Nachbronch Wofür habe ich das jetzt hier alles gemacht? Ist das jetzt in tieferen Sinn oder waren das einfach nur Rätsel? Ne, wir machen keine 4 Stunden mehr, ich muss jetzt tatsächlich mal langsam in die Koje. Ich will dann noch ein Kabel hoch. Mann, fährt der schnell. Kabel. 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 Dieser Fahrstuhl ist doch unsinnlos. Ich habe nur das Kabel gesehen, was da hochgeht. Achso, da kann man von, äh, damit kann man quasi überall hinfahren. Komm ich denn da hoch? Komm ich überhaupt da hoch? Du sollst wahrscheinlich von hier unten machen, oder? Wie geht's runter? Okay. Wir machen, wir machen Schluss für heute. That's too much for my brain. Aber es macht sehr viel Spaß. Das sollten wir dringendst wiederholen. Das haben wir vier Stunden gemacht, Leute. Nächste Woche geht's weiter, denke ich mal. Oder am Sonntag, oder so. Wir gucken mal. Ich wünsche euch eine, äh, gute Nacht. Boah, guckt mal meine Augen, ey. I have to get to sleep. So. Ich wünsche euch Spaß. Schlaft gut und, äh, bis die Tage. Tschöööö. Ich wünsche euch nach. Bis zum nächsten Mal.